Ja, hören! Morgen früh wird General Weidling die Stadt den Russen übergeben. Für euch Soldaten heißt das Kriegsgefangenschaft. Ich selbst habe den Auftrag des Präsidenten des Führers, dem neuen Reichspräsidenten, Großadmiral Dönitz, persönlich zu übergeben. Jeder, der sich mir anschließen will, kann dies jetzt tun. Bis morgen früh müssen wir unter den russischen Linien durch sein. Nach Fragen? Wir bilden zehn Gruppen. Die erste Gruppe übernehme ich, die Frauen kommen mit mir. Die Gruppen verlassen im Abstand von 20 bis 30 Minuten die Reichskanzlei. Viel Glück!